So, wieder ein neues Liedchen. Okay, die normalen Neumanns sind kein Problem mehr. Mwahahahaha! Ha 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 ha. Ja, gucken wir mal, wie viel wir kaputt bekommen. So, Behold! New Vector, Set! Ach du Schande! Na, das wird ja was geben. Körgeräusche 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 Irgendwie taugen die nix. Ok. Wurzog. Wie, warum kannst du dich nicht zurückziehen? Da, der Antrieb ist weg. Nein. Nein. Das war deprimierend. Die haben kein einziges Schiff verloren. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, Mjolnir wird jetzt gleich ne Packung kriegen. Und was für eine. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich merke gerade bei größeren Gefechten ist die Ladezeit dann mit Fraps doch ziemlich groß. Ich denke, ich werde in Zukunft immer, wenn der Ladebildschirm anfängt, Fraps ausmachen und wenn er zu Ende ist, Fraps wieder starten, weil ansonsten verbringen wir nämlich viel Zeit damit hier zu warten. Das ging gestern aber besser. Viel besser sogar. Na gut, also ab jetzt gilt, beginnt der Kampf, Fraps aus, sind wir im Kampf, Fraps wieder an. Ready, Commander. Stargen, Daten, Receipt. Ich glaube, die ignorieren meine Zerstörer einfach, einfach so. Uh, ich habe eins zerstört. Nur noch 21. Na aber jetzt.